hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Megapreak schon wieder direkt im Anschluss mit ja noch immer was in HD leider und wir machen diese folge weiß ich nicht naja sehr informativ geh weg okay ist ja auch noch kohle in meiner decke ist kohle und jetzt habe ich ein schadens 3 schwert wenn ich es richtig mich richtig entsinne was für eins wir können mal ein combat machen ich bin komplett unverzauberter Eisenrüstung gegen dich mit mit schutz zwei Helm schuss ich ja eins auf der Brust schutz drei Hose ups ja kann man mal machen aber ich habe dafür zwei kraften Tape und 13 Pfeile ich habe 3 feiliger Ohm ich geh mal kurz runter und guck wie viel ich da habe ich bin gerade zum Schoko geil oh ja geil kann man Kürtel auch mit Kartoffeln füttern mh nein was füttert man denn mit Kartoffeln lieblend eh oder oh 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 der 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 kostet bild der city wie b ist der city und rock'n'roll ja ich kenne das weißt du wo ich das lied zuletzt gehört habe bei dir zu hause oder vielleicht ich habe den Film nie gesehen aber ich kenne die Flammen da wollte ich immer mal nachholen hat es aber noch nie gemacht kann also weil ich möchte vor drei Monaten kann der Fernseher mhm ok Eindie du bist wahrscheinlich dieser klassische Tatortgucker ne super RTL aber da kommt irgendwann kein Spongebob mehr naja alles hat was gutes nein alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei mhm kennen sie das Lied nein nein nö ich one-hitte jetzt Kühe nein ich hab mit Schatten das Dreischwert angefangen was du musst das reparieren ich wollte doch mit dem Steinschwert schlagen ich überleg grad ob ich den Zauberstück vielleicht mal nach unten nehmen ich leuchte mal die Stadt aus oder warte ich mach mal was ganz anderes ich packe den mal in den Entdeckungsgeräusch ich packe den mal in die Schmiede ok da so ziemlich schlechtes Ort so nein ich bin jetzt Wasser gefallen hui ja geil und Leute die sich fragen die jetzt vielleicht neu gucken das ist das Hannibal Texture Pack und es ist Nacht das ist gut bitte gib dazu ich bin der einzigste der deine Videos guckt nö nö du hast ganz oft selbst auf den Abo Button gedrückt oh um genau zu sein 53 mal dann noch du einmal stell dir mal vor ja läuft oh kann man mal machen ja ja hm hm hier bist du mir dabei ja klar oh ein Kreper man ein Krepp haltet ihr braucht vier Hits mit einem unverzauberten Bogen mhm ok bei dir ist auch jemand erkältet ja meine Schwester mhm die ist aber schon seit kleinerer Zeit ein wenig erkältet ja ich so seit zwei Wochen ok dann bist du länger naja ich mich trifft es nicht ich bin voll der gesunde Mensch ich verstehe es auch nie aber ich bin voll voll wenig krank er ist ungespielt hm wer ja du bist von der Öko du was wieso der Öko du bist ungespielt und weil ich mir nicht krank bin heißt das nicht dass ich ein Öko bin doch was muss man tun wenn man nicht krank werden will gemüse essen gemüse essen ok dann ich esse in letzter Zeit sehr viel pesto ja liebe pesto aber ich weiß nicht ob das zu gemüse zählt ich denke nicht alles was du willst das gemüse ist ist gemüse ja verstehe ich nicht alles was man gemüse nennt muss auch gemüse sein pesto's gemüse pesto muss jetzt gemüse sein verstehe effizient seines yeah du bist ne taubes nüsschen yeah du bist ne taubes nüsschen yeah du bist ne taubes nüsschen ich bin jetzt hier voll effizient grad verstehe ich nicht ich auch was ich hab ich schon der selbe ich dich auch du hörst mich doppelt du hörst mich doppelt oppelt ja ja verstehe ich nicht ich dich 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 ich auch nicht 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 Woran kann das wohl liegen igen igen an bäumen an bäumen oimen oimen nein 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 ich habe ein Brot geäst es ist es ist Pesto 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 was fertig stinkt ich habe gar nicht verstanden was stinkt Busen HD warte mal, gibt es echt einen Kanal der so heißt? äh, guck mal nach ja, mach ich grad Y-Youtube und wenn ich den finde, blende ich sogar irgendwas davon ein ach, so ne Titel zusammengeschrieben, oder? hm also, es werden Ergebnisse gezeigt für Busen HD stattdessen so genau Busen HD es gibt etwa null Ergebnisse wo ich Busen HD auseinandernehmen such mal nach Busen was? da kommt ein Video von Kedos let's play gibt es nicht die Fio Pré Tabusen oder Sophia Salsa ja so, ich hab hier mal kurz ein bisschen gemütet was? ich leck mich, ey huch weißt du, nehm dreimal hintereinander auf und er schafft's nicht, äh, mal so sich nicht zu muten ich mute mich mal kurz das ich leckere so so ich hatte einen Grund ich wusste, ich musste was essen hm ich hab überlegt was ist denn eigentlich, wenn ich hier runter baue? oder so ab hier da hm 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 Okay, dann kann ich mal kurz schlafen gehen. Ich hab diesen Huchen-Move grad nicht gesehen. Nicht reporten, bitte. Ich fand's lustig. Mal gucken, wann er wiederkommt und mal gucken, wie er reagiert. So. Okay. Mal gucken, hab ich denn noch hier so ein bisschen... Hier ist noch Stein ganz viel. Hier haben wir noch Steinziegel, yay! Okay, dann gleich mal kurz blubblub. So. So. Okay. 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 So, das ist ja ein Traum. Okay. 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 Falscher Stein. Hupsala. So, ich habe doch eigentlich auch noch Stein-Ziegel-Stufen. Dann möchte ich das so machen. Genau. Okay. 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 So. rum So, du, 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 ich überlege, soll ich oben vielleicht, was wären, wenn ich jetzt hier noch Holz hinmache, Moment, okay, ich will noch mal kurz Holz, ba-ba-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Das sieht doch dann von oben nicht mehr so schäbig aus, oder? Genau, okay, dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge, der Dreamy kommt anscheinend nicht mehr wieder und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, tschüss! Bis zum nächsten Mal!